B of Unimarkt Xero Der Kleine wird heute drei Jahre alt. Der Meister, der glaubt, er steht im Wald. Ähm, mein Kleiner? Ah, da bist du ja eigentlich. Grüß dich, Meister. Aber musst du mich ausgerechnet jetzt unterbrechen? Ja, das erschien mir irgendwie angemessen. Und darf ich auch fragen, wieso? Na, weil der Kanal der Queen of Unimarkt Xero heute drei Jahre alt wird. Zu der Zeit warst du noch nicht mal ein feuchter Gedanke. Aber fahr trotzdem fort in deinem Gedicht. Ich bin schon gespannt, was einem lippenlosen Scherzgesicht zu diesem Thema einfällt. Na gut, dann fang ich also nochmal an. Wie du willst. Dankeschön. Also los. Der Kleine, der wird heute drei Jahre alt. Der Meister, der glaubt, er steht im Wald. Ähm, mein Kleiner? Was ist denn jetzt schon wieder, Meister? Im Wald? Was soll das denn heißen? Also, Meister, so funktioniert das nicht mit dem Gedicht. Was stimmt denn nicht? Das Verspaß? Soweit, wie man das nach zwei Zeilen beurteilen kann, passt das schon. Dann der Reim? Na ja, alt und Wald reimen sicher schon. Was also? Passt nicht. Na, mein Kleiner, was mache ich im Wald? Ich meine, alleine im Wald rumstehen. Warum sollte ich da stehen? Das sagt man doch nur so. Ich glaube, ich stehe im Wald. Du glaubst, du stehst im Wald? Nicht ich. Du. Ich stünde im Wald? Nicht du. Ich. Du stehst im Wald? Und wie komme ich da ins Spiel? Ich glaube, du würdest glauben, du stündest im Wald, wenn ich denke, dass du, dass du... Oh Mann, jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Was das wohl für ein Konzept war? Ha ha ha. Gut gebrüllt, Möwe. Wie geht das Gedicht denn jetzt weiter? Was für ein Gedicht? Na, das, was du zu deinem dritten Geburtstag gedichtet hast. Das war doch gar nicht mein dritter Geburtstag, du Pfeife. Richtig. Also kein Gedicht zum dritten Geburtstag der Queen auf YouTube. Gedicht? Ja, der Kanalgeburtstag. Aber du hast es jetzt völlig kaputt gemacht, Meister. Das kauft mir ja jetzt doch kein Schwein mehr ab. Na, dann lassen wir den dritten Geburtstag der Queen doch ganz einfach unter den Tisch fallen. Ja, das denkst du dir. Dein Kanal ist heute drei Jahre alt und das ist ein Grund zum Feiern. Fröhlichkeit ist befohlen. Also, was steht als nächstes an? Ich singe in deinem Kanal, immerhin in meinem Hauptwohnsitz, einfach ein Ständchen. Das klingt okay. Schlimmer als das Merry Christmas zu Weihnachten kann's ja wohl kaum werden. Selten so gelacht, Meister. Du singst ja überhaupt nie. Also, los geht's. Happy Birthday to you. Ähm, mein Kleiner? Was zum Geier gibt's denn nun schon wieder? Das darfst du nicht singen. Das darf ich nicht singen? Also, nein. Und hast du dafür auch eine vernünftige Erklärung, verehrter Meister? Na ja, die Rechte an der Melodie zu Happy Birthday liegen noch bis 2032, wenn ich nicht irre, bei 20th Century Fox. Eine öffentliche Darbietung unterliegt damit dem internationalen Copyright-Abkommen und sollte vor allem in monetarisierten Videos besser vermieden werden, wenn man keinen Ärger heraufbeschwören will. Bis 2032? 20th Century Fox? Das ist ein Witz, oder? Zugegeben, es klingt wie ein Witz, mein Kleiner. Ist aber leider mein Ernst. Also, kein Happy Birthday? Kein Happy Birthday. Jedenfalls nicht gesungen. Oder besser, nicht mit dieser Melodie gesungen. Achso, dann geht's nur um die Melodie, Meister. Nun, ich bin kein Urheberrechtsfachanwalt. Aber soweit mir bekannt, geht es nur um die Melodie. Na, dann hab ich ja mein Gedicht. Dann hast du dein Gedicht? Na klar. Also, los geht's. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, die Queen. Ähm, mein Kleiner. Was ist das für eine Sorte Problem, die du da hast, Meister? Ja, also, ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Aber so wenig wie die Queen weiblich ist, so wenig ist sie englisch. Ein stilvolles Geburtstagsgedicht wäre auf Deutsch womöglich ein kleines Stück passender. Auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. Also, liebe Queen auf Uni Matrix Zero, entgegen aller Widerstände wünsche ich dir alles Gute zu deinem dritten Geburtstag. Ich hoffe, dass diesem noch ganz viele weitere folgen werden. Ich danke dir, mein Kleiner. Das hast du wirklich gut gemacht, obwohl dich dein Meister ja nach Kräften abzuhalten versucht hat. Wer bist denn du? Ich, meine Herren, bin die Queen der Uni Matrix Zero. Ich, meine Herren, bin die Queen der Uni Matrix Zero.